Laude Hey Leute und herzlich willkommen zu der dritten Folge von Minecraft. Heute spiele ich leider mal alleine ohne den Justin. Jo, also dann spielen wir jetzt einfach mal... It's a prank! It's a prank! Okay. Seit wann bist denn du hier drinnen? Seit wann bist du hier drinnen? Äh... Ich hab mich hier reingereckt. Tschüss! Ähm... Jetzt mal ehrlich. Hä? Okay. Ich hab mich hier reingeheckt. Du Hacker, Alter. Na egal. Willkommen zu der dritten Folge von unserem Minecraft-Projekt. Justin? Ja? Okay. Bei der letzten Folge waren wir ja grad da und wollten grad hier nach einem wilde Dorf suchen und heute ist bei dieser Folge... oder bei dieser Folge heute werden wir nach so einem wilde Dorf suchen. Jo. 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 Dann fang die jetzt mal an, oder? Nein. Hier sind die Kürbisse. Okay, dann nicht. Okay, dann nicht. Okay. Oh, ist ja. Oh, alles. Wir müssen doch schon mal schmücken für Halloween, weil ich mein, das ist ja bald. Nein. Was? 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 Was hast du gesagt? It's a prank! Nein. Ähm... Hier ist wieder mehr Kohle. Ja, ich... Aber egal, weil wir wollen ja nicht nach Kohle suchen, sondern nach... Wann machst du da unten? Was? Ich such mal grad weiter nach. Kommt du jetzt mit? Oder? Ey, wo bist du denn? Nein. Ich bin hier hinten irgendwo. Irgendwo hier. Wenn man steht, sehe dich nicht. Weiß ich dir auch nicht. Aber ich geh mal kurz den Berg wieder runter. Spring mal! Spring mal! Spring mal! Spring mal! Ich versuche grad nen Berg hoch zu gehen. Welchen? Ist da Sand? Nein. Ich bin da rechts abgebogen von diesem, wo wir grad angefangen haben. Ach, ich sehe die. Renn dich um. Dann siehst du ihn ja. Ey, eigentlich ist's denn. Okay. Wollang wird's eigentlich? Weiß ich nicht. Guck mal, hier können wir euch auch unser Haus bauen, aber das machen wir ein anderes Mal. Also wir können ja auch bei uns, wo wir grad sind. Da können wir ja auch die ganzen Häuser bauen. Ich bin auch hier oben. Lass mal spielen. Warte, ich geh grad nur noch den Berg hoch. Oh, ist wieder dunkel. Soll ich vielleicht wieder zurückgehen? Nee, oder? Nein, wir riskieren es einfach. Wir gehen da durch. Also Monster an. Ja, auf Leuchtt. Ja, auf Leuchtt. Wenn's ja nicht auf Leuchtt wäre, dann würden wir ja keinen Hunger kriegen. Hm? Ich hab noch Pflastersteine, falls wir uns irgendwie noch in Unterstift bauen müssten. Ich hab noch ein bisschen Holz. Bleib mal stehen! Nein. Musst du was fressen. Komm weiter, komm. Hoffentlich finde ich jetzt mal bald ein Village-Dorf. Oh, hier in den Fensteren. Hier können wir noch ein bisschen Holz abbauen. Ja. Ich hab grad Eichenholz. Ich glaub schon mal weiter, oder? Kommst du einfach? Naja, ich bin auch... Wow. Oh, ich bin was runtergefallen. Egal. Ja, ich bin da. Ja, komm. Weiter. Ja, komm. Hier lang? Brauchst du mir? Ja. Ich bin jetzt hier kein Village oder drauf, was dann war ich auch nicht weiter. Oh, hab ich hier grad eins gesehen? So, so aus irgendwie... So ist hier schon das Ende? Lord, wir sind fast... Hat der ein Eis nicht wert? Nein. Aber hat nichts geglaubt. Woll mal kurz. Brandwehr? Ja, warte. Ich hab überhaupt gerade was gemacht. Hast du noch Essen? Nein. Ey, ich frag, ich brauch Essen. Nee, ich hab noch Essen. Warte, ich... Ich könnte mir grad mal ein Dings bauen. Wir schräumen hier ein bisschen auf in der Zeit. Lass mal schnell einen Unterflug bauen. Ganz klein. Wir bauen mal schnell. Du bist aber ein sehr kleiner. Grad mal viereckig. Egal. Ich hab nur vier Herzen. Na, komm rein. So, das reicht eigentlich. Sehr tolle Unterschrift haben wir sehr toll gebaut. Da haben wir ein bisschen Licht... Ah, wir können was sehen. Okay, jetzt sind wir alleine. Ach. Ach. Okay. Hier... Hier... Dings... Die sind voll... vollkommen ausgerüstet. Hier so... Okay. Gut. Ja. Nichts gehört mir aber. Was? Du hast es gekriegt? Was? Nächste kriegst du bekommen. Spam Battle. Ja, hast du gekriegt. Okay, erst hast du bekommen. Was ist das denn? Spam Battle. Spam Battle. Spam Battle. Spam Battle. Spam. Ja! Hey, du hast es bekommen. Ja. Okay, ich bin voll. Oh, Enderman. Ich auch. Kann wieder gehen. Nein, nicht. Aber ich habe auch nicht Opfer. Muss erst rausnehmen und dann. Weil sonst... Weil sonst geht nicht alles verloren. Anderman. Nicht in die Augen schuhe. Dich in die Augen schuhe. Nicht in die Augen schuhe. Nicht in die Augen schuhe. Weißt du? Nee. Easy Wreck'n, Digga. Reif an! Dann holen wir den holen wir. Wie siehst du das? Ender Perle, Ender Perle. Nice Ender Schmüll. Hast du die eingesammelt? Ja, ich habe die. Oh, nice. Okay, wo jetzt lang? Scheiße, wir müssen wieder in den Unterschlupf. Warum? Ich muss erst mal voll ranken. Okay, ich geh, ich geh, ich geh. Boah zu, boah zu, boah zu. Okay. Hast du wieder eine Fackel? Hab ich die eingesammelt? Nee. Ja, hab ich. Schneeball schnarrt. Schneeball schnarrt. Schneeball schnarrt. Dunkel? Oh. So ist das mit uns nicht in der Folgen passiert. Haha. Okay. Hä? Dunkel. Okay, lass raus. Das ist echt dumm. Warte, warte. Ich muss doch ranken. Komm, wir reiten durch die Nacht mit Licht und ohne. Ja, komm jetzt. Oh. Danke. Wir reiten nach durch die Nacht ohne. Ach, hier ist schon ein Villager-Zombie. Also, also, wir sind Bibi und Tina und reiten auf. Keiner weiß, wie die heißen. Nein. 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 Ich hab keine Ahnung, wo lang geht's. Da war grad so ein Villager aus so'n Dorf. Warte, ich porte mich okay. Und du kommst da einfach ein Teil her, okay? Hier viel in der Perle hast du. Hier ist eins, hier ist eins, hier ist eins. Nice. Bitte lass mich mal kurz gucken. Lass mich jetzt erst reingucken, dann sag ich dir was da drin ist, okay? Ja, wir gucken einfach vergleichzeitig dran und dann teilen wir auf. Okay, warte, aber ich muss erstmal bestimmen. Nee, 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 nee. Guck mal, komm, wir machen's so. Ich, ähm, du lootest die Kiste und ich hol das ganze Essen, was da ist. Okay. Und jetzt kriegen wir die Villager. Und, was ist da drin? Warte, ich bin noch nicht da. Ich roll noch Eisbüttel nach. Warte. Eisenstiefel, Eisen Spitzhacke, sechs Brote, eine Eisen, Federrüstung und zwei Äpfel. Federrüstung ist immer nice. Mhm. Willst du die Schuhe oder? Hm, was gibt's denn alles? Eisending und Eisensatz? Ach komm, du kriegst die Schuhe, komm her. Bist du? Ich hab abgeschossen. Wenn da ist eine mit dem Essen gehen könnte, ist es. So ein VP lassen grüßen. Okay, äh, essen, essen, essen. Ich hab nichts gutes zu essen. Hier. Das Karotten. Nein. Nein. Ich hab wirklich gar keine... Ich hab nur Kartoffeln und... Allerdings. Aber wirklich gar kein Ding. Ja. Weil ich... Ist doch... Hier ist... Nee, egal. Komm, jetzt geh... Jetzt geh mir wieder heim. Okay, wir müssen... Nee, lass uns nach Nebeltscher dürfen suchen. Okay, dann geh mir hier lang. Hier lang, da. Hier. Warte. Ja, hier hin lang, wo ich hergehe, oder? Nee, hier lang. Dann komm. Ich geh ja schon. Oh, egal. Ich hab nur noch... Fünf anderthalb Herzen. Ich bin fast full life. Da ist ein Sof. Da gibt's dann... Dann müsste auch bestimmt irgendwie... Hexen sein. Viereinhalb Herzen. Geh, geh, geh weg. Dreieinhalb Herzen. Ich muss irgendwas essen. No dose, ich muss irgendwas essen. Oh, es ist explote. Stopp mal. Oh, Alter. Komm mal her hin. Komm mal her hin. Komm mal hier hin. Komm mal hier hin. Komm mal hier hin. Komm mal rein. Jetzt ist alles zu. Okay, bist wieder full life? Warte. Ich bin full life. Was machst du? Was riefst du mich ab? Das ist echt komisch. Ich hab ihn in die Augen geschaut. Greif ihn an. Ich hab ihn in die Augen geschaut. Oh fuck, zwei Herzen. Nett im Ernst. Nett im Ernst. Fuck, ich weiß nicht wo's lang geht. Warte, ich sag dir gleich wo lang. Bist du gespawnt? Ich bin zuhause im Bett. Okay, ich glaub, ich weiß glaube ich wie lang. Ja und jetzt geh jetzt mal nach links. Bisschen mehr. Links, links, links. Links, links, links. Noch ein bisschen mehr. Links, komm, links. Jetzt mal geradeaus. Warte. Warte. Wow. Okay, ich werd noch mal sterben. Warum? Warum? Mein Zombie hat mir jetzt. Muss ich irgendwas wegwerfen? Ich muss schon irgendwas... Wie lange noch? Oh, wie lang noch? Ihr seid dich noch entfernt? Oh, du gehst voll nach links, links. Du gehst grad weg. Du gehst weit weg von mir. Wieder mehr nach links. 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 Geh doch mal links. Noch mehr links. Was? Ich muss jetzt erstmal Schafe schlachten, damit ich deren Chef frei krieg. Naja. Damit ich wieder sprinten kann. Kann ich ver... Ich sammle mal ein paar von deinen Sachen an, dass sie nicht irgendwie auf einmal so despawnen und dann haben wir... Dann hast du viele von deinen Sachen verloren. Ist ja etwas dumm. Wie lang noch geradeaus? Wie ist wieder weg? Links. Links. Wirklich links. Noch... Jetzt wieder links. Ein bisschen mehr. Jetzt... Ja. So soll es... So soll es okay sein. Und jetzt halten wir mal genau die Richtung. Was? Redstone? Okay. Was? Redstone? Dann nimm ich mir mal ein paar von diesen Dingern ein. Dann nimm ich mir mal ein paar von diesen Dingern ein. Die hat dir auch helfen. Lange noch geschätzt. Ich sag die gleich, ich war nur genau nach links. Ach jetzt bin ich beim Villager. Ja. Das weiß ich wo lang. Ja. Gut. So Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen hoch da. Oder abonniert mich. Oder abonniert auch Justin. Jo. Ich wünsche dir noch was. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.